Hallo! Hallo, kleiner roter Traktor! Wo ist Jan? Da ist er! Ja! Sieh mal! So, mein lieber Karl, das wird dich vor einem Sonnenbrand schützen. Und jetzt bist du dran, Georg. Warum reibt er die Schweine mit Sonnenöl ein? Er ist ein bisschen verrückt. Das muss an der Hitze liegen. Nein, das glaube ich nicht. Hallo, ihr zwei. Ich hab euch gar nicht gesehen. Ist alles in Ordnung? Es geht mir bestens. Und du bist sicher, dass dir nichts fehlt? Ja. Oh, ich verstehe. Nein, ich weiß, es wirkt seltsam. Aber ich muss dafür sorgen, dass die Schweine keinen Sonnenbrand kriegen. Schweine kriegen doch keinen Sonnenbrand. Doch, natürlich. Ihre Haut ist unserer sehr ähnlich. Und weil wir gerade dabei sind, ihr solltet euch auch lieber mit Sonnenöl eincremen. Mama hat uns schon mit diesem Zeug eingeschmiert. Man kann nie vorsichtig genug sein. Besonders bei so einer Hitze, wie wir sie heute haben. Was willst du als nächstes machen? Ja, wir sind hier, um dir zu helfen. Na gut. Also, was machen wir als erstes? Das Scheunendach reparieren? Oder vielleicht lieber die kaputte Dachrehe? Es ist doch viel zu heiß für solche schweren Arbeiten. Wie wär's, wenn wir mit dem kleinen roten Traktor einen Ausflug machen? Es ist bestimmt schön kühl auf seinem Hänger. Ich hab noch ne bessere Idee. Wollen wir nicht zurück zum Hof fahren und uns da ein paar Eis am Stiel machen? Oh, ja! Oh, Stumpi. Ich wünschte mir, dass du mal irgendetwas Sinnvolles machen würdest. Aber ich mache doch was Sinnvolles. Ich male Getreide. Ich kann nichts dafür, dass kein Windchen die Mühle bewegt. Wenn kein Wind weht, könntest du doch endlich mal das Badezimmer streichen. Oh nein, weißt du, Elsie, wenn ich das Badezimmer streichen würde, hätte ich doch keine Zeit mehr, das Getreide zu machen. Ja, aber... Aber... Ach was, ich geb's auf. Es ist zu heiß, um sich zu streiten. Heute lässt sich bestimmt kein Mensch bei mir sehen. Es ist zu heiß, um wegzugehen. Und niemand heute arbeiten mag. So ist das nun mal an nem sonnigen Tag. Hallo, Walter. Übst ein bisschen, wie ich höre? Ja, aber heute läuft's nicht. Hab kein Gefühl für Rock. Und für'n Rock'n'Roller wie mich ist das ne Katastrophe. Das heißt, ich bin von der Rolle. Vielleicht ist es einfach zu heiß für Rock. Hey, das gefällt mir, Jan. Es ist zu heiß für Rock! Ja, nicht schlecht. Ich glaub, ich mach früh Schluss und frag Stumpi, ob er vielleicht Lust auf Rock hat. Bevor du schließt, könnten wir noch ein paar Orangen und Zitronen bekommen? Weißt du, wir wollen uns nämlich Eis am Stiel machen. Jan will uns zeigen, wie das geht. Oh, das hört sich ja gut an. Wisst ihr was? Ich schenke euch das Obst, wenn ihr für mich ein Eis mitmacht. Das geht in Ordnung. Ah, fabelhaft. Ist das mein Mehl, Stumpi? Nein, äh, das dort ist immer noch ihr Getreide. Was? Mein, mein, mein Getreide? Warum ist es denn immer noch Getreide und kein Mehl? Der Wind. Der Wind? Naja, es gibt keinen. Aber... Und wenn der Wind nicht weht, dreht sich eben leider auch die Mühle nicht. Ja, aber sie... Und wenn sich die Windmühle nicht dreht, drehen sich auch die Mühlsteine nicht. Das weiß ich, aber... Tja, und wenn sich die Mühlsteine nicht drehen, kann auch das Getreide nicht gemahlen werden. Oh, das ist aber höchst ärgerlich. Dagegen muss man doch irgendetwas tun können. Kein Wind heißt kein Mehl. Aber ohne das Mehl bekomme ich kein Geld von der Bäckerei. Ohne Geld von der Bäckerei kann ich mir keinen neuen Hut kaufen. Ohne... Ach, das muss man sich mal anhören. Ich klinge schon langsam wie Sie, Stumpi. Es gibt keinen Grund, sich darum aufzuregen. Machen Sie es einfach wie ich. Entspannen Sie sich. Mich entspannen? Ja, lehnen Sie sich zurück. Werden Sie ruhig. Heheh. Hehehe.